Guck mal, der stellt sich jetzt... Ha! Fußbohren? Weißt du, er sieht mich hinter sich. Okay. Hey Kinder, es was geht bei... Mmmmm... Lickige Schmicki, aber das hol ich mir. Aber da brauch ich einen Signalkopierer... Ähm... Haben Sie vielleicht einen Signalkopierer? Ich blockiere den Weg. Ist ja schon gut! Warte mal, wir haben ja jetzt ein Haus. Stimmt ja. Kann ich da jetzt einfach rein? Habe ich... Hatten wir das nicht schon ge... Und es ist weg. Mein Haus! Es war alles so schön. Ich habe meine Garage gehabt. Meine Eingangstür, mein Klo da drüber. Aber egal, ich brauche das Geld für den Signalkopierer. Ah, die Fässer habe ich noch. Sehr gut. Wenn da mal Dreck drin ist hier... Glitchkönig. Ich glaube, ich kann da rausspringen. Ist das ein Spiel zu Ende, wenn ich hier einfach aus meinem Revier rausspringen? Weil da kann ich ja nicht mehr rein, ne? Let me try this shit. Oh. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt Durchfall? Hallo. Was habe ich jetzt gemacht? Let me in. Willkommen hier bei Glitch, Timmerlader. Wir sind hier im Fluss. Bed. Help. Please. Ich gehe einfach in die nächste Stadt. Das werden die hier jetzt ja nicht lang gegrafikt haben, oder? Das Stück. Die Straße geht immer weiter. Ah ja. Da sind wir am Ende angekommen. Dann kaufen wir jetzt mal eben unser Signal-Dödelator. 28.000 Tacken. Wir haben jetzt 30.000 eigentlich gespart fürs Haus. Die Arbeit geht nun mal vor. Zack. Jetzt geht's. Oh, Mini-Fried. Hallo. We want you to send a message to Mr. Torres. Get me his car. Okay, Mini. Kopiere das Signal von Herrn Torres in 205. Kein Problem. Fahr ich direkt hin. Ich gehe noch nicht undercover, weil wir sind ja im Moment noch in Zivil. Guck mal da direkt neben Herrn Torres ist ein Parkplatz. Das trifft sich. Das trifft sich. Ach, er wohnt in der fetten Villa. Okay. Ja, ich verstehe schon. Wo ist mein Signal, Vertikutierer? Wo komme ich überhaupt rein? Hat er wach, Männer? Hat er wach, Leute? Da hinten ist irgendwas. Ach, das ist der Wunsch. Wow. Hallo. Wer guckt? Wollen Sie hier jetzt einbrechen, oder? Ich gucke. Schönes Haus. Vielleicht glaube ich es. Gut, äh, oh, da ist eine Kamera. Direkt. Ah ja, direkt hier. Natürlich könnte ich gucken, ob ich... Ah, oh. So. Ob ich irgendwie Strom ausschalten kann. Wo ist der Stromkastel, Torres? Oder kann ich hier einfach drüber? Gut. Einfache Angelegenheit. Hier drüber. Da ins Fenster oder durchs Fenster rein. Auto klauen. Torres nochmal ins Bett kacken. Und dann ab nach Hause. Ist hier irgendwo eine Cam? Was ist das für dich im Livestream? Wer ist hier irgendwo eine Cam? Leute, schreibt sie in den Chat. F in the chat. Ich sehe auch schon mal, wann der eine... Ich nehme an, dass der Torres nicht zu Hause ist. Das blaue wird der Torres sein. Das rote unten drunter. Vorderseite des Hauses. Wahrscheinlich der Wachschutz. Der dann aber ab X Uhr nicht mehr da ist. Hoffe ich doch. Ich hoffe, der hat nicht rund um die Uhr Wachschutz. Wir gucken uns die Sache mal an. So, pennen. Mit angeschaltetem Motor. Vollkommen unauffällig. Wir gehen mal auf 1 Uhr. Und gehen raus. Schön zu leise. Ah! Wachschutz? Is there any, äh, Wackschatzris? Kein Brandschatzer da. Der Schlüssel hängt an ihm dran. Okay. Na, um an die Kerbe. Gut, ich, äh, gehe hier rein. Leise. Vorsicht. Ist er laut. Ducken. Nein! Der Pisser. Wir müssen uns am Tag stehen. This is pretty folky. Da gehe ich rein. Da sehe ich mich da drin. Naja, ist ein bisschen arg. Arg wenig Platz. Glaubt ihr, der hat an einem Ort nicht so, äh, zugemacht? Weil er irgendwie alt und tattrig ist? Please, Mr. Torres, please. Be just, äh, old and titric. Okay, dann gehe ich durch die Haustür rein. Werde ich jetzt hier erkannt? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Geil, Mann. Der pennt direkt hier unten, oder was? Alter, was hat er für ein Haus? Boah. Fett. Elektronikstufe 3. Ich bin am Arsch. Hallo? Lässt du bitte die Fensterläden jetzt zu, weil ich muss ja... Er geht hoch, sehr gut. Er läuft die ganze Nacht rum. Ich glaube, der hat einen Harnwegsinfekt. Oh. Cam. This must be a cam. I think I've found a cam. Ja, bis jetzt? Gut, oder? Guck mal, ich entdecke Kamera um... Ich kann die nicht mal... Ah, doch. Ich entdecke Kamera um Kamera. Das hört gar nicht mehr auf, mein Aufdeckungsding. Drang. Das ist ja wirklich höchst krocki gerade. Weil ich kann jetzt hier halt nichts machen, ne? Ich muss wieder heben. Und der Wachschutz ist auch gleich da. Jetzt muss ich tagsüber da einbrechen. Ist mir eigentlich zu heikel, ne? So was. Eigentlich... Also normalerweise bin ich... Der Wachschutz ist da. Oh nein. Oh nein. Nein. Seht ihr mich? Ich bin so... Gekickt. Gekickt. I'm pretty cocky right now. Ey, wo ist der? Shit, der geht in die andere Richtung. Der schaltet mir den Weg ab, oder was? Shit. Geh weg. Mach, Mann. Wenn der jetzt hier um die Ecke kommt. Dann nehme ich Beine in die Hand. Dann schlage ich ihn einfach. Mit meinen Beinen in die Hand. Er steht da einfach. Wie so ein Assi. Das ist doch nicht sein Ernst. Er bleibt doch da jetzt nicht stehen. Ey, er ist so ein Kork, dude. Husch. Ja, geh weg. Wie er angelaufen kommt. Ich geh heute viermal lausen. Oh Gott, das macht ein anderer jetzt. Geht jetzt schwimmen, oder was? Alter, geht arbeiten. Okay. Du musst den ganzen Scheißjahr bezahlen. Weißt du, die Firma da, die der nur zwei Meter abdeckt, ist halt auch lächerlich. Guck mal, der stellt sich jetzt... Fußbohren. Also mal die Fenster... Ah, doch, die sind oben. Ja, geil. Jetzt ist er da hinten an der Scheiß... Äh, muss er da jetzt stehen? Okay, warte, stopp. 7.51 Uhr. Das heißt also, Torres geht morgen zum 6 oder sowas zum Senioren schwimmen. Also wir gehen jetzt pennen. Gehen auf 6 Uhr schlafen. Und dann... Oh. Jetzt sag ich euch, wo der Hammer hängt. Guck mal, pisst der sich eigentlich ein, wenn ich jetzt hier stehe und irgendwie so ihn halt von hinten angucke? Nicht umdrehen. Ich werde das Auto übrigens nicht unentdeckt. 6.41 Uhr. Fenster auf. Guck mal, der steht da vorne, der Torres. Steht einfach im Eingang und chillt. Chillt sich seine Nüsse. Ich hasse ihn so ein bisschen. Jeder in der Nachbarschaft macht seine Fenster um Punkt 6 Uhr auf. Damit die Sonne rein strahlt, dass die Nachbarn wissen, ah, der lebt noch. Ist ja bei alten Menschen, weiß ich mal nicht so genau. Ah, sehr gut. Hat mich's gesagt. Wehe, der hat eine Alarmanlage. Ich renne weg. Und jetzt... Okay, okay. Langsam öffnen. Langsam öffnen. Alter, wenn der eine Alarmanlage hat. Ich bin so geschäselt. Ich muss ihn auch zumachen. Weißt du, sonst kommt der Wach... Sonst kommt der Wachschutz und sagt sich... Hat der all das Sack wie das Fenster aufwirken lassen oder was? Ich kann's nicht zumachen. Es ist unmöglich. Okay. Auf zum Auto. Oh, fuck, wenn hier eine Kamera drin ist, ne? Dann brech ich aber wirklich zusammen. Jetzt kopieren wir hier mal ganz lässig. Alter, der Spektre. Boah. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Signalkopierer benutzen muss jetzt. Null. Ich mein, mir ist schon klar, dass man den Signalkopierer eigentlich zwischenschaltet, wenn der mal draufdrückt. Und dann steht irgend so ein Markt, nur das vier Kilometer entfernt, weil es auf dem Lidl-Parkplatz... Pfff! Und dann haben sie einen Honda Civic, ne? Das glaub ich aber. Aber was ist jetzt hier? Also, komm, falls hier noch eine Kamera drin ist. Oh Gott, der ist gleich zu Hause, ne? Da ist der Schlüssel. Give me that shit, dude. Ja. Ich kopier, ich kopier. Ich kopier. Do your copy. I will repeat. Ich krieg's. Ich krieg's. Weil ich dann vor mir jetzt der Wachschutz... I don't know what. Im Haus. Oh nein. Wo ist das Fenster? Da ist es zu hoch. Ich fahr davon, dass mich... Oh Scheiße. Okay, okay, okay. Gut, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Aber es hat auch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Von daher, ähm... Schaport mich. Dankeschön. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Der dem. 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 Ah, ja. Hopp. Gott, Panzerglas, Alter. Okay, okay. Sch. Wir machen jetzt folgenden Power-Move. Oder auch Pro-Gamer-Move, wie die Profis sagen. Also, da ist die verkackte Kamera. Da komm ich ja nicht dran vorbei, ne? So richtig. Kriegt der das mit, wenn ich, äh, was glaub? Auf? Also, regt der sich dann auf, wenn er heimkommt, bemerkt, der Fernseher ist weg? Ah, ja. Die Cheerleader-Uniform. Ah, ja. Ich könnte auch hier oben rausspringen dann, ne? Aber das bringt mir nicht viel. Also, aber vorhin, hier, hat er sich reingesetzt. Ich hock mich jetzt hier rein, in den Schrank. Ich mach die Gitarre raus. Da ist er. Torres, komm. Gib mir das. Gib mir deinen Schlüssel. Guck, jetzt chill ich mich hier rein. Falls er hierher kommt, weißt du? Aber er kommt nicht hierher, genau. Der geht schön in sein Arbeitszimmer. Und jetzt fass ich ihn an. Gönn doch einfach mal. Er gönnt nicht. Drecksack. Er hat die Tür zugemacht, Dummbaz. Hopp. Torres, ich bin saunah. Blader, du shit. Oh, shit. Er steht auf. Okay, er hat sich hier mal hingesetzt. Sehr gut. Alte Leute hocken meist länger. Jetzt ist der hier. Ich hab mich zu sehen, du Lurch. Kann ich den hier schon mal aufschließen? Mösser einfach an dem vorbei heizen. Haaa. So. Oh, oh. Entdeckt. Entdeckt. Hausfriedensbruch. Scheiße. Fuck. Was mach ich jetzt? Nichts piepst. Hä? Der Alt. Hm. Okay, geh jetzt einfach raus. Die haben mich nicht mehr... Die haben mich verloren. Nice. Okay, alles gut. Alles gut. Also. Plan des Meisters. Hier auf. Geh rein. Gucke. Wie man die Tore alle aufmacht. Ist erstmal nicht schlimm. Wie geht das Hoftor auf? Da ist ein Motor, aber wo ist der Schalter? Ja. Oh. Komm, nehme ich hier noch mit. Ein ticke Statue. Ja klar. Ja klar. Die, 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 die. Nicht in die... Nicht in die Alarmanlage fahren. Oh mein Gott. Unbemerkt. Hausfriedensbruch. Nö. Ey, der lässt sich so schwer fahren. Das hat keiner bemerkt. Wuhu. Fünf Millionen Punkte. Und er wisst, wofür es steht. Schnitzel. Richtig geil. Vinifred, rufe an. Sagt, dass ich geil bin. Vinifred?